Inwiefern kann das Gefühl in Füßen und anderen Körperregionen beeinträchtigt sein? Diese Gefühlsbeeinträchtigungen, Beeinträchtigungen der Sensibilität sind, und das möchte ich vorausschicken, nicht bei allen gleich, aber verlaufen üblicherweise derart, dass es eine Einschränkung der Berührungsempfindigkeit, der Druckempfindigkeit, der Temperaturempfindigkeit und der Schmerzempfindigkeit sein kann. Das kann sein, ein Gefühl der Bammstigkeit, der Pelzigkeit, gehen wir auf Wolken. Ein Gefühl, dass man vermehrt oder vermindert Kälte oder Hitze verträgt, dass man Berührungen und Druck als Schmerz wahrnehmen kann, dass man Schmerz vermehrt oder, was ganz schlecht ist, vermindert wahrnehmen kann. Welche Bewegungseinschränkungen kann es geben? Die typischen Bewegungseinschränkungen sind ein Muskelzucken, Muskelkrämpfe, Muskelschwäche. Es kann aber auch zu Muskellähmungen, klassischerweise zum Beispiel zu einer Fußheberschwäche kommen, womit sich dann sozusagen ein schleifender Gang entwickeln kann, der wiederum zu Stürzen führen kann. Beim Kreislaufsystem beginnen wir mit den Durchblutungsstörungen zum Beispiel des Herzens, den sogenannten kardialen Ischemien, die man üblicherweise spürt. Sie haben sicher schon den Terminus Angina pectoris gehört, weswegen dann Patientinnen und Patientinnen zum Herzarzt, zum Kardiologen gehen und sich entsprechend behandeln lassen, wodurch zumeist Herzinfarkte verhindert werden können. Diesen notwendigen Schmerz, diesen sogenannten Vernichtungsschmerz, den man teilweise hat, spüren Sie dann möglicherweise nicht, womit aber auch letzten Endes bei vielen Patientinnen und Patienten der Gang zum Kardiologen, der die notwendigen Therapien einsetzen würde, hintangesetzt wird oder gar nicht wahrgenommen wird. Weitere Organsysteme, die betroffen sind, sind der Magendarmtrakt und ihr Harnableitendes System, wobei einerseits Verdauungs- und Stuhlentleerungsstörungen und dann Harnentleerungsstörungen mit allen ihren Konsequenzen resultieren können. Weitere Strukturen, die betroffen sein können, sind Knochen, Bindegewebe, Haut. Und Verletzungen in den von den Polyneuropathie betroffenen Bereichen heilen deutlich langsamer und schlechter, können infiziert werden durch Bakterien und können sich zu chronischen Wunden ausweiten. Was auch resultieren kann, ist durch das Beeinträchtigen des autonomen Nervensystems, ist, dass sie auf Hypoglykämien, wenn der Blutzucker sinkt, zu langsam, zu träge reagieren können. Also eine Stoffwechselproblematik. Welche anderen unspezifischen Symptome können auftreten? Vermehrtes, aber vor allem auch vermindertes Schwitzen an den Handflächen und Fußsohlen kann auch als typisches Symptom der Polyneuropathie auftreten. Was auch auftreten kann, ist eine sogenannte autonome vasomotorische Dysregulation. Das heißt, dass ganz einfach Blutvolumen in ihren Beinen versackt und sie kollabieren können.